Gott macht uns hell, wach, völlig losgelöst. Hallo, ich bin's wieder, die Ilumaus. Heute machen wir ein Wahrheit- oder Pflicht-Video. Wir haben hier schon so Kleinigkeiten vorbereitet, ein paar Zettel. Da sind zwei Fragen und ich glaube sieben Pflichtaufgaben dabei. Und da ziehen wir jeweils jetzt immer eine von und dann geht's gleich auch los. Mal durchmessen hier. So anfangen, ich anfangen, du. Ich auch, ne? Ja, danke. Ja, bitte. Ein freundlicher. Ich weiß. Rieche an den Achseln des Mitspielers. Na super. Ich dachte, sie kriegst du. Toll, danke. Der Mach-Arm hoch. Viel Spaß. Das war ein Chat. Du nimmst schon dran. Oh mein, ich habe das nicht so... Oh man, ich will... Fremden anrufen und nach Unterhosen fragen. Oh, wie feinlich. Welche Manni rufen wir an? Das ist gerade die Frage. Ich habe gerade gar kein Handy hier. Aber wo? Wir machen einen kleinen Cut, weil sie jetzt ja anrufen muss und das leider nur mit meinem Handy gilt. Und mein Handy habt ihr jetzt gerade. Daher, bis gleich. Tsch Tsch Tsch. So, jetzt sind wir wieder mit meinem Handy und besserer Qualität am Tag. Okay. Entschuldigung, nächstes Mal war so. Ich weiß. Ähm. Hauptsache, Handyverklickung. Ähm. Dann bin ich jetzt dran am Team. Das ist ja eigentlich ganz gut. Ich versuche, dass meine Mama das gerallt hat, aber... Ja, das war voll scheiße. Versuche... Nein! Versuche, ein Zeh in den Mund zu bekommen. Von mir. Ja, natürlich von mir. Erstmal habe ich meine mega dreckigen Socken an. Und ich versuche... Los, los, Päppchen, versuch. Vorstinken, meine Füße! Hilfe! Meine Füße stehen in den Mund. Dann musst du sie waschen. Ja. Und die Socke war auch nicht lecker. Dann bist du jetzt dran. Und ich habe Angst. Und ich dachte, du kriegst die. Mann! Danke. Ich habe nichts Schlimmes. Vom... Ich heiße Pum 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 und... Ich... Sie muss jetzt vom Balkon schreien. Ich heiße Laura. Und bin ein Schwein. Grunz, grunz! Da freue ich mich drauf. Also, nochmal kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich auf dem Balkon wieder. Mein Ding ist mir gerade so eingefallen. Wir sind in der Oberwohnung. Und mein Untermieter, also Vermieter, ist nicht so begeistert, wenn man nach 8 noch ein bisschen Lärm macht. Und da wir es jetzt 22.09 Uhr haben, wird er nicht so begeistert sein, weil er auch so eine... Terrasse? Terrasse. Terrasse. Wintergarten. Wintergarten hat. Wintergarten. Genau. Und wir stellen uns jetzt auf den Balkon und jetzt geht's los. Ich bin ein Schwein. Grunz, grunz. Oh Mann! Mache Lust! Ich bin Laura und ich bin ein Schwein. Grunz, grunz! Wo ist mein Handy? Ja, das licht nicht. Video geht weiter. Wo ist mein Handy? So, jetzt zieh ich wieder. Du riss immer die Geilen auf. Ne. Die Geilen? Ich konnte nur mit dem Zeh knabern. Nein! Esste eine Kartoffel und tu so, als wäre es das Leckerste der Welt. Jetzt geh ich hier. Ich hol. Autsch! Hol bitte auch eben einmal ein Messer oder einen Sparschgeladen. Wo sind die? In Küche? In der ersten Schublade. Okay. Lass die Kassen da raus. Ja, lass mal raus. So, dann play music. Ich und du wir reißen die Orten Ich und du wir machen den Himmel blau Hier kommen wir und uns hört niemand aus Ich und du Ich schallt das Fäden Sprung vor der Suche auf uns wir sind wir spiegellos alle schweben im Raum der ich und du und nicht mehr viele die Zettel geht das besser auch? Ja Eine Kartoffel! Ich stehle die eben einmal ein bisschen ab, weil die nicht mehr die leckersten sind. Weil die ja so lecker sind, schneide ich dir nur echt nah. Ich hasse Kartoffelnroh essen. Ich hasse Kartoffelnroh essen. Ich nicht. Magst du die roh? Ja. Ich nicht. Kannst du gerne ein Stück abgeben. Danke. Auf der Woche sind wir aktuell. Dann ähm... Ich ekel mich da so vor. Darf ich nur ein Stück beißen und ein Stück abschneiden? Muss ich da richtig reinbeißen? Das Ganze? Das Ganze krieg ich nicht im Mund. Nee, aber abbeißen, also das Ganze kann doch ein Muskel essen. Auch runterschlucken? Ach du... Gleich nachmitteln sie ausspucken! Ah, nicht gemacht du! So lecker! Ja! Mach mal weiter! Ihr Lippenstift dran! Ähm... 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 Mit dem Mund! Mit Augen zu! Mit Augen zu! Mir! Auf mein Face! Also diese Farbe... Warte, warte! Hauptsache... Hauptsache jetzt... So in der Liga! Okay! Okay! Eure Lippen sind so rutschig! So flutschig! Mach einfach! Mach einfach! Beiß da doch drauf! Ah! Ah! Mit Augen zu! Ne? Ja! Ja! Mach weiter! Augen zu! Und weiter! Einmal, und eben... Spassig! Ist das hier ernst? Das ist so unterbelichtet hier, ne? Aber... Hab ich getroffen? Ich kann auch gerne... Äh, warte. Warte. Den hier. Nee, der ist so hell. Also das noch passt schon. Okay, sie möchte noch mal. Also noch mal. Hint! Also noch mal. Ab und zu. Hauts auf, sie steckt mir in dem halben Nippchen und in die Nase. I. Jetzt sehe ich übelst aus, ich glaube. So, dann... Muss ich mit meiner Hand wieder drüber machen? Bin ich dran. Sieht so sexy aus, Alter. Imitiere ein Tier. Bäh! Mach weiter. Bäh! 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 Hast du schon jemanden beschuldigt für etwas, was du getan hast? Nein. Das habe ich noch nie gemacht. Da bin ich jetzt dran. Der letzte Zettel. Oh Mann! Ich bin vorbei. Ich ahne, was das ist. Das Peinlichste in deinem Leben. Was war das Peinlichste in meinem Leben? Ich glaube das Peinlichste in meinem Leben war, das ist noch gar nicht so lange her, da war ich Probearbeiten und dann ist mir meine dämliche Jackins gerissen. Und dann direkt im Schritt einmal durch und das ist mir dann noch erst bei meiner Mutter aufgefallen, nachdem sie mich darauf aufmerksam gemacht hat. Soviel ich aber weiß, hat das keiner gesehen, aber es war mir ziemlich unangenehm und ich fand das nicht gerade schön. Kann ich mir vorstellen. Du siehst so sexy aus. Auf jeden Fall liked, kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Witzig war es schon und ekelig. Wegen der Kartoffel. Die Kartoffel ist auch lecker. Aber ja, abonniert, um kein Video mehr zu verpassen. Und dann bis bald. Bye! Bye!